Error-Fallwin! Die Map ist geil! Naja, soviel Error ist sie gar nicht. Ja, ein paar lila, dann kriegst du 50. Hier steht noch Errors rum. Ja, und beim Zug sind draus. Ansonsten sehe ich hier grad nicht. Nicht bald irgendwelche Errors. Find ich nice. Soviel Error wie im Christian Gesicht geht gar nicht, ne? Ja, das ist nicht mein Error, das zeig ich euch, ne? So, wer hat denn diesen Error... Oh, das sind fester! Exploding Fester? Ja, ich hab grad daraus geschossen. Was ist hier grad in den Luftgang? Oh. Yume? Yume? Wieso hab ich das Gefühl, dass das der Shooter King ist? Oh nein. Schieß in die Luft damit. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab ein großes Problem. Das Problem ist kacke mit Ehe. Was ist das hier? Was ist das? Ich hab' ich gleich. Naaaain. Naaaain, oder? Ok. Rheon! Nein, ich bin so klein für alles. Ich bin gefangen. Wo bist du? Gefangen. Hinter dir, drüben, hinter dir. Wo genau? In deinem Arsch. Nee, da bin ich schon. Da ist genug Platz für alle. Nö. Ja, wo genau ist er? Hinter dir. Ich bin da. Dings. Die Toten sind tot. Soll ich nicht ein Radar kaufen? Ich glaube, ich hatte noch vier Minuten Zeit, ne? Ich bin nicht tot. Klappe, Chris. Christian. Nicht Christian. Bail. Ich tolle, ich telefoniere mal so lange, ne? Ja, ich komme nicht über den Zug, weil ich zu klein bin, ne? Geil, der Skin ist mega. Ja, der Jaros da beim Zug sollte möglichst die Fina sein, glaube ich. Ich bin im Sniper Tower mit ne Sniper. Nicht gar nicht mal so geil. Sniper Tower mit ne Sniper. Hi Christian. Christian, wo ist Christian? Aber denn? Was? Welche Map ist denn da? Forest Final. Der Final, der... Oh! Hallo Raon! Raon! Was? Raon... Hallo Raon! Die Raon... Ich glaube Raon ist gerade die Leiter runtergefallen. Nein. Hier liegt ne Crowbar. Ja, ich weiß. Du machst voll die fetten Sound, wenn du da spielen willst. Die kümmern voll. Zieh dir das rein. Nein! Ich hab nur ne Sniper, geh weg! Warte, wie schnell! Alter, wie geil Wally einfach dabei aussieht. Ich würde laut rumschrecken, ich würde mir gedacht. Und wer lebt noch? Cherico! Ja, da rennt er herum. Geh pft. Geh pft. Keine. Winsicht mir das aussieht sehr gut. Traitor-Waffe. Traitor. Wippe! Ich bin in den Traitor-Shop gewesen! ja 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 alles aus aber wie das aussieht der kleine Wally mit dem Boden Alter taucht mal unter den Boden das sieht geil aus ne der kleine Wally mit dem Riegel Katana Alter hat er mal seinen Briegel ausgepackt hier ich bin schon wieder wo wo ich nicht drüber jumpen kann ach komm ich kiel dich gleich wenn ich Trader werde ich bin Innocent kacke das sagt er noch während er schon Innocent dasteht das heißt du bist Trader ne bin ich nicht bei mir stand auch nicht bei mir stand auch nicht da dass ich ein Innocent noch bin wo stand der Innocent T N E C O N N I und so auch N O C E N T was machen wir denn? geh mal doch mal rein ich bin noch kein Klee 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 Fickskopf. Ja, komm. Hin und her. Komm. Alter. Aua, bitte schön. Ah, shit. Traitor. Schau. Jumi guckt einfach zu, ne? Asi. Bei deinem Skin hast du, wenn du den Farbkick rausholst, hast du irgendeine Figur in deinem Arsch. Das ist dann jetzt Samstag. Irgendwie. So ein Wackelkopf. Ja, lass dich weggeballern, Jeremy. Shotgun ist nicht ganz so geil. Treffen wir uns wieder bei den Fässern. Das ist geil. Das heißt, ich habe mich in der letzten Runde selbst getötet. Give you. Wo sind die Fässer? Ich bin bei den Fässern. Da hinten für den Fässer. Ich habe sie mal in Schärfnis. Ich bin bei den Fässern, ne? Ja, ich kletter mal auf den Tunnel raus. Hätte ich gerade gesehen, ob das hier eine Leiter ist. Ich klettert auf den Tunnel. Ja. Am Stuttgart. Und da sieht sie. Schau mal über den Tunnel. Da bin ich oben. Da, Jeremy kann es bestehen. Der ist gerade hier neben mir. Und hinter ihm bin ich zu. Ja, er kommt auch gerade hoch. Oder auch nicht, weil das ist die Heiter zu benutzen. Ha, ha, Lumi ist neben mir. So, und jetzt sind wir zu dritt hier oben. Jetzt spielt nur Rayon. Also Rayon ist wieder confirmed. Was? Why? Ich warte bei den Fässern hier. Oh, ich werde kein Wasser runterfallen. Ich warte immer noch bei den Fässern, ne? Will jetzt jemand kommen? Das ist jetzt die Frage. Will jemand kommen? Fässer oder nicht fässer. Okay, die Fässer sind schon hochgegangen. Das heißt, bei den anderen Fässern. Das heißt, ich weiß, wo er ist. Das heißt, ich werde die Fässer sprengen. Ich habe die schon weggesprengt. Ich bin intelligent, Chris. Was? Ah, dann bist du doch beim Fässern. Ich bin bei den Fässern. Ich stehe doch auf der freien Fläche. Jeder könnte mich wegballern. So innocent bin ich. Ach so, dann bist du doch bei den anderen Fässern. Du Fickskopf. Ich gehe scheißen. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, ja, bei den Fässern bist du. Das Teil geht nicht auf. Ah, gut, ich habe wieder zugebracht. Aber ich bin low, weil ich runtergefallen bin. Nicht, ich... Oh, Schatz. Ah! Wo bist du? Wo war hier nochmal das Kumpel? Drüben, wow. Leute, ich habe ein Problem. Die Tür bugt. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin stuck. Trader, bitte nicht. Kann man jemanden zum Klo kommen und die Tür wegballern? Hallo? Warte, ich kann sie wegballern kann ich sie nicht. Wenn du mich jetzt tötest, ne? Dann ist Traitor required. Hilfst du, bitte. Ich bin wieder da so ein Stag-Trädchen für die Tür wegballern. Oh mein Gott. Jerem hat einen Kassekanaden geschossen. Und Rayon lebt. Warte, ich lebe noch. Ja! Die Tür... Ja! Komm, ich bin mal wieder. Warte, jetzt gehe ich rein. Mal schauen, ob die bei mir auch stuck. Stimmt. Ja. Nee, bei mir geht es nicht gleich wieder auf. Die stuck, ja. Nein! Sniper. Ja, Miko. Oh, wie ist der denn? Immer Nuss. Hm. Ja, okay. Warte, ich guck mal nach. Aha! Rumi. Komm da raus. Was? Ich bin jetzt draußen. Ach so. Das bin ich. Ach so. Ach komm, du Camper-Schwein. Doch, du bist ein Camper-Schwein. Sie kämpft nicht. Doch. Sie kämpft immer. Ach so. Okay. Okay. Dann musst du noch mal abspielen. Nee, ich bin nicht gerade über die ganze Map. Nein, das ist eine Lüge. Ich bin da nah, du. Was? Das geht anders. Ich glaube, Yumi ist Traitor. Ja. 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 Unikon! Mit O und K! Was? Ab Anfang! Ich habe 10 HP! 10 HP! Bock mehr! Was? Rian! Nee, Bock mehr! Hey, stuck! Nein, bin ich nicht! Stuck! Ey! Du weißt wo! Hilf mir nicht! Du weißt wo! Nein! Hilf mir nicht! Nein! Alter, Chris guck dir erstmal an wie ich zu zugucke. Einfach mal tot, meine Leiche. Hilf mir nein, tu es nicht! Meine Leiche guckt einfach zu. Ich habe echt totes Publikum. Ich versuch gerade. Camper-Schwein! Ich bin kein Camper-Schwein. Wie dumm bin ich? Ich bin gerade einmal unten im Rand. Wie kann man sich einen anderen Gegenstände verfinden? Rein proppen! Ich bin free! Ja! 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 Und dann musst du dich einhören und E drücken! Yumi! Wer bist du, mein Täubchen? bin ich dein töppchen ja du bist meine dicke fette taube ich lecke deine tränen auf was das ist doch scheiße ich bin die ganze zeit rummelnd auf beim kack bumerang kein paar schwein festgesteckt genau in die andere richtung gelaufen er sagt auch noch mal sie schießt auf dich du rennst an ihr vorbei und sie sind immer noch dahin wo du vor zehn minuten warst wir sind beide sauintelligent die taube und der rayon achten explotiven fässer brennen ich komme ja ich bin schon gekommen auf deinem nächsten orgasmischen punkt glaube ich das schon gar nicht ich stecke auch fest explodieren die wer will fassball spielen ich kann es nicht fassen keine munition chris vor dir du duli ich habe keine munition ich gehe mal nitsche was macht ihr zwei kinder da oh mein gott das hat mich gerade sehen ab jetzt ich habe jetzt keine munition ich glaube mal jumi ist traiter wieso weil kein traiter ein fahrrad trägt klasse weg sagt wie er vielleicht nicht ein traiter ich brauch eine neue waffe die leden abledet man nach wie ladet man nach mit er du wirst wahrscheinlich keine munition mehr haben doch ich kann das danke ich wurde angeschossen ich hab bin low ich habe es gesehen ich gehe nicht zusammen ich weiß das war sheremie hat dir auch das fass geschossen nein war nicht ok er wurde mit einer ak gekillt vier kleine schwule gartenzwerge rayon wurde mit einer ak gekillt ok die toten bei uns immer so extrem tot sind gegenüber von dir gestanden jeremy ich war gerade ein bisschen toter wie du du hast einfach genau die gleiche farbe mit der hintergrund ich kann mich jetzt helfen und lutsch dabei mein schwanz soll man kurz alleine lassen oder was soll das jetzt heißen sprichst du aus erfahrung oder was ich spreche von jerrycrawl alter ich brauche eine bessere hand da du hast du hast du mit deinem pferd geh weg es ändert sich der rost nie der rost hat immer die gleiche farbe so jetzt können wir fastball spielen fastball chris kam ich stoße an ich muss nachladen ich muss nachladen ich habe keine ich habe mich okay weil ich habe nämlich auf ihn geschossen ich bleibe in den ich bin klar das ist ein das stimmt ich habe mich ich bin müde du bist Mutter ich bin Mutti was ist da Piesen was ab dem Ich verstecke mich hinter expliziven Fässern. Jeremy weiß, wieso ich lache. Wenn Yumi mich gleich tötet, dann hat Yumi mich getötet. Ah nein, das ist explosiv! Wenn Yumi dich gleich tötet, hat Yumi dich gleich getötet. Alles klar. Warum? Im einen Grund, dich jetzt nicht zu töten. Ähm, weil ich Lippothet bin. Du bist Lippothet, okay. Chris! Ja, Chris ist es, Chris ist es, Chris ist es. Das hat mich gerade angeschossen. Okay, bist du da sicher? Ich weiß nicht, wie ich mich betrauen soll. Ja, das ist dort oben. Da. Aha. Ich sehe auch todsexy aus. Yumi sich gut versteht auch geil aus. Wieso hat dich die Person nicht getötet? Es ist direkt neben die explodiert. Wieso hat dich das nicht getötet? Es ergibt keinen Sinn. Ketchup. Ketchup, alles klar. Weil ich geil bin. Ja, blutverschmiert ist geil, ja? Juhuhuhu. Fuck. Harte Sägel! Also ich mag das blutverschmierte Thumbnail von Yumi noch geiler. Noch geiler? Du magst das noch eiler? Ja. Ich bin dieser scheiß Katz, Mann, das muss ich nicht tun. Junge, wir brauchen mehr Blut fürs Taunen. Naja, kann ich auch nicht für... Doch, du musst mehr Blut. Wenn ich nächstes Mal Traitor bin, kannst du eins mit einer Katze, während ich Blute haben. Können wir jetzt machen, ich bin Traitor. Soll ich mit der Katze draus? Ja, ja, genau, drop, drop, genau. Soll ich wirklich? Warte, ich geh kurz in den Traitor-Shop, nicht ballern, warte, nicht ballern, ich geh in den Traitor-Shop. Ich lass euch beide mal. Was bringt das? Junge, ich bin im Traitor-Shop, hör auf. Warte, ich zeig dir, was das bringt. Ich mach nicht. Alter, wer war das? Das war Chris, Mann, ey. Ich hab selbst auch Schaden, nee, ich hab keinen Schaden. Chris, ich bin im Traitor-Shop, du kannst mich jetzt nicht anballern, verdammt. Ich hab 30 Leben, verdammte Scheiße. Alter, jetzt bin ich hier einmal im Traitor-Shop, ne? Ich geh wieder, nee. Ja, aber was? Nee. Hm? Warum geht ihr mir alle nach? Der Traitor-Shop und die Schatten. Alter! Ballers gab mir deinen Pimmel. Alter, was ist das denn? Oli. Nein. Nein. Ich hab keine Moni mehr. Warten mal. Ha, ha, ha. Oh. Hier geht mal ganz zu. Geh weg. Da war der Insidiri. Da. 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 Raion. Raion. Du musst da raus und da ist ne Insidiri. Ja. Ich hab gleich keinen sicheren Weg gefordert. Hi, Yumi. Wer hat noch eine? Ich hab keine Waffe, das ist unfair. Also ich hab ne Waffe, aber keine Moni dafür. Waffe. Jetzt hab ich wieder ne Waffe. Yumi ist... Nein. What? Yumi ist es nicht? Raion ist... Man! Du Wixxkopf! Aua, was war das denn? Alter. Als du ne... Waffen hab ich auch. Gleichzeitig nur noch ne Granat. Wir alle ne random killed, ne? Fällt euch das eigentlich jedem auch? Ich hab's auch noch reingerannt in meine... Was? Als ob die Insidiri einfach da drinnen nichts anzündet. Ich hab keine Waffe. Chris? Chris, bleib stehen! Bleib stehen! Chris! Nee. Chris! Ich brauch ne Waffe. Chris! Warte, ich brauch ne Waffe. Nein! Chris! Ich brauch ne Waffe. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Kein. Ich hab ne bisschen 50 Leben. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Wir sind innocent. Warum bist du innocent? Vier schwule Gartenzwerge stehen hier rum. Junge! Tadam, 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 Tadam! Jericho am Start! Woher kommt das? Junge, was hast du gemacht? Geküdel. Heee! Juhu! Ich poste das jetzt auf Twitter. Wolli schlägt. Nackte Frau. Wo ist er? Nee, nee, nee. Das ist nicht so Clickbait. Das muss schon nackt sein. Auch wenn es nicht ist. Muss ja nicht stimmen alles. Wer nach unten ballert und die Waffe trotzdem geradeaus stimmt. Alter, wie Wolli einfach die Waffe so quer hält, wie so ein Gangster. Wolli ist halt auch ein Gangster. Ich postier die auch so? Rayon, zieh dir das rein, zieh dir das hier rein. Komm, wir schaffen das, dass die hoch geht. Wie passt das? Hast du noch hin? Wie passt das? Wie passt das hier? Chris ist Traitor. Okrenate. Jericho am Traitor. Okrenate. Nein. Nein. Boah. Nein. Mein Bauch. Boah. Mein Bauch. Nein. Boah. Mein Bauch. Boah. Boah. Ich bin... Boah. Halt mir Fass. Fass. Chris ist... Traitor. Ja. Rechts. Ja mein Traitor schwein. Na warte. Pack ich einfach mal. Vor dir links. 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 Da ist die Leiche. Links. Und hier ist die Leiche. Rechts. Links. Rechts. Warum durch? Nach dem Kreis. Wir sind beide durch dasselbe Fass gestorben. Bei mir gar nicht. Das liegt. Wir waren beide Traitor. Wir waren beide Traitor. Nicht so müh sind meine Anus. Ich kann nicht... Gelenke. Bierstandsfähig. Und lang. Moppen. 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 Das ist Mo im Arsch. Wasch. Jummi. Bleib stehen. Läuft im Kreis. Ja ich weiß. Sie ist gefährlich. Ja. Und sie ist stuck. Nein. Das ist die Frage für Thumbnails. Ja. Ich will noch eine mit. Abschlussrunde. Was? Jetzt schon? Ich fang jetzt an. Ich mach gar keine mehr. Was? Was ist mit Jericho? Ich bin mit mir. und ich muss im Urlaub dadurch wieder arbeiten und wenn ich morgens lang schlafe dann. Okay, dann Moderation. Schlaf wird überbewertet. Abmoderation auf der neuen Mitte. Nicht wenn ihr irgendwelche Letzern umbringen könnt vom Arbeiten. Ach, du bist weit genug weg von mir. Warum von dir?